Wir haben uns entschieden, die Immobilie zu verkaufen, weil meine Mutter ein Freund im Alter ist, sie nicht mehr allein bewirtschaften zu können. Und nachdem meine Schwester und ich jeweils ihre Immobilie haben, haben wir uns für den Verkauf entschieden. Die Dienstleistung hat uns in der Form geholfen, dass wir bei Profis hier besser aufgehoben sind, als wenn man es privat sucht. Außerdem glaube ich im Nachhinein, wenn man es sieht, man hat auch viel Zeit gespart. Wir empfehlen Raumimmobilien, da wir uns von Anfang an gut aufgehoben gefühlt haben, eine Sympathie da waren. Wir sind auf einer Linie geschwommen, wir haben beide das Gleiche gewollt. Der Herr Atzinger ist sympathisch rübergekommen und deswegen sind wir bei Raumimmobilien gelandet. Die Zusammenarbeit war deswegen gut, weil der regelmäßige Kontakt stattgefunden hat. Es ging einfach alles reibungslos, die Informationen sind geflossen, es ist einem viel abgenommen worden und daher waren wir rundherum zufrieden. Ich würde anderen Eigentümern, die vor dem Verkauf stehen, raten auf jeden Fall nicht auf den Profi zu verzichten. Nicht privat versuchen, Anzeigen zu schalten. Einfach so, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, der Aufwand ist doch mehr, als man am Anfang einschätzt. Man muss doch alles organisieren. Besichtigungstermine, Notartermine bis zur Schlüsselübergabe. Das kann man als Privatmann manchmal, gerade wenn man im Berufsleben steht, nicht leisten.